bitte? hast du gerade auf mich gezielt? nein, ich habe dich angeguckt. ach so, ich dachte so streit. so, hier, guck mal. ach komm, passt. ey, was war das? was? ne bandage? hol nochmal raus. hä, seit wann sehen die jetzt so aus? das ist ein skin. ne ne, das ist der skin vom letzten twitch event. ach so. okay. nicht dieser, den man jetzt zu Weihnachten bekommt? ne, ich habe jetzt insgesamt drei medikit skins. ach so, der gute herr. man gönnt sich ja sonst nichts, was? richtig. jetzt red mir nicht dazwischen in meine wundervolle anmoderation. also, herzlich willkommen bei hunt showdown. heute mal zu dritt. ich bin jetzt der offizielle ansprecher. ja, 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 das stimmt schon, was du da machst. ja, ne? so. und deswegen begrüße ich jetzt hier alle. hast du das auch schon gemacht. ja. wir sind bilderbuch. ich habe auch schon die spannendste folge überhaupt eingeleitet. boah, ja, das war schon gut. ich habe von der folge nichts mitbekommen, weil ich schon kurz nach dem start disconnected bin. aber sie war anscheinend sehr spannend. ja, da wurde aus dem duo match mal ganz schnell ein solo match. und ich habe dann gedacht, mal gucken, wie viel ich noch hinkriege alleine. und ist gar nicht mal so kacke gelaufen. ne, war gut eigentlich. äh, das sind ja hunde. ja, die sind auf der innenseite. schweinehunde. ja, schlimm. wo rennst du da ja geschehen, Natja? ja, die macht sich wieder selbstständig. ach so. dann sind sie wieder tot und wir müssen das wieder regeln. ja. die junge frau will städte erkunden, was? einkaufstour. nein. ich habe nur, am anfang bin ich ja mal gym hinterher gelaufen. ich habe mittlerweile gelernt, selbstständig zu handeln. aha. zumindest in den meisten fällen. siehst du? ihr seid bei alice farm und da ist der nicht kommt. ne, steht noch mal nicht fest. ach man. oh doch, was ist hier? oh, jemand hat ein paket gefunden. ja. sehr schön. ich bin aber näher dran als hier. oh, dafür ist hier ein geld section. ist ein gebanserbar. ja. ich drück doch eh im menschenskling. er manchmal reagiert er nicht. du musst fest da drücken. ich geh mir mal, ich geh mal gucken ob hier irgendwo heilung rumliegt. hier, hier ist welcher. hier. ah, hier liegt ein skill-dingens rum. hier. ich blute jetzt weniger. wo ist welche? ist er drin? habe ich markiert? ah ja. oh. vielleicht kann sie dann nächste packung heilung suchen. ich habe es noch nicht genommen. ich habe ihn. wieso bin ich verletzt also? hat er dir eine mitgegeben? habe ich gar nicht so gemerkt. naja. ich habe ihn mit dem messer gekiekelt. das wird ihm nicht so gepasst haben. ist schon jemand beim boss Nadja? äh, weiß ich nicht. so nah bin ich noch nicht dran. ich dachte du hast den boss schon gemacht. ja. die verbandung läuft gleich. absolut. also ich meine, klar. jemand ist schneller als ich. hab ja eigentlich gesessen. haben da gerade den Raben hochgeflogen oder spinn ich? ich habe Raben gehört. waren das... wo war das? ich konnte es aber nicht lokalisieren. ich auch nicht. ich schätze die richtung irgendwo. so klang es. ich geh mal dann eben lieber ins maisfeld, bevor ich auf der straße weggeschossen werde. oh nein, 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 nein. ups. das klingt gut. ja, ich habe aus versehen eine pyroklastische bombe geworfen. ah, okay. hat dir irgendwas getroffen? ne, ich habe aus versehen auf den boss geworfen. macht aber ja keinen sinn. war mehr so aus versehen. ich wollte eigentlich schießen. wir sind gleich da. ja. bünktlich. zum abholen. na, der boss ist gut. okay. das ist interessant. das ist vor allem noch interessanter, weil wir jetzt denken, dass wir alle da drin sind. vielleicht. nein, nein. der eine ist hier direkt vor mir. vorne sind noch Schritte im Wasser. da läuft einer. ja, ja, ja. einer hat nen hit. hier sind die alle. einer da. da, ne. aua. da nehme ich einmal ne. da tut er dann mit. da nö. ja. da nimmt er einmal ne. jetzt nur noch einer, ne. ja, der könnte bei mir sein. da müsste da irgendwo sein. Ja, ist er noch nicht. Versuch ihn aufzuheben. Mit was wurdest du geholt? Schrotflinder, glaube ich. Nee, Miteinandergang. Ach so. Ich habe eine Schrotflinder und ich treffe damit noch nicht. Das meinte ich. Ah, du hast die Schrotflinder. Okay. Und dafür Waffen. Hä? Der kann doch gar nicht so weit weg sein. Haben wir was zum Anfarten? Ich habe nichts. Ist es noch rot? Dann sind wir zu weit weg. Guck noch mal hin. Mann, ich hänge fest. Alter, was ist da los? Nee, es ist weiß. Aber von dem hier wurde ich erschossen. Ich wollte gerade sagen. Sicher? Ja, das war der, weil der hat mich mit der Waffe hier erschossen, die ich gerade genommen habe. Sind die nur zu zweit unterwegs? Und der andere ist weggerannt. Das kann sein. Ach so, warte, ich fackel den mal ab. Ich habe eine Axt. Ich habe auch eine. Ich gehe mal rein. Ja. Ich gehe raus. Was für ein Sniper? Er ist Engel. Ich mache den Boss. Ja. Moment, ich muss erst mal die Kakerlaken weg. Ah, der wird seine Kumpels jetzt wieder aufheben. Der eine brennt. Ja, den brennten sehe ich. Der andere liegt daneben, muss ich sagen. Na, ist auch wieder rot. Ich habe ein... Ich habe einen... Oh, fuck. Fuck, Sniper. Äh, fuck, nein. Ich könnte vielleicht doch Hilfe gebrauchen. Und dann kommen wir erst mal her. Wir machen schnell den Boss. Ich glaube, da kriegt er dann das Leben zurück. Ja. Ja. Liegst du im Wasser? Ja. Ich glaube... Nee. Warte. Gute Frage. Vielleicht ist es zu wissen, ob die dich abfackeln können oder nicht. Ich glaube, ich... Dann Schritte im Wasser. Die sind da. Achso, der eine hat jetzt wahrscheinlich einen Schrotflinte, ne? Weil ich habe die ausgetauscht. Ja, gucken wir mal. Nur zur Info. Mhm. Wirft was. Haben wir das Tor aufgemacht. Einer hat einen Spark-Sit. Oh, shit. Shit, 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 shit. Oh, shit. Oh, fuck. Der eine war noch draußen geblieben. Ja, shit. Kannst du mich nicht mal aufheben. Da aimt mich bestimmt ab. Oh, das sind zwei Teams. Ah. Dann kannst du vielleicht noch versuchen, mich aufzuheben. Direkt rechts von dir müsste einer sein. Irgendwie unten. Oh, ho, 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 ho. Der ist drin. Ja. Schnell. So, ich muss mich schnell spritzen. Oh, hier hast du eine Kasse. Neh mich mal, bevor die anderen sich nehmen. Jo. Vor uns. Ich muss dich heilen. Ich hab ihn, aber er hat mich auch. Ich heil mich erst voll. Mhm. Und hier noch einer durchs Wasser. Ich geb das sonst erst auf. Ich komm ja nicht ran. Da ist ja noch einer drin, irgendwo. Meintest du nicht, du hast ihn gegenseitig erschossen? Ja. Achso, der ist auch tot. Ja, ja. Oh, sorry. Ah, ja, da liegt er. Sorry. Null. Gecheckt. Natja hat wieder aufgepasst. Wenigstens einer. Dankeschön. So 75 HP. Das ist... Hup. Ich kann wieder die Waffe nicht aufheben. Das ist doch kacke. Mhm. Oh, der hat eine Uppercut. Oh, hier kommen welche durchs Wasser. Ja, ich schlage gerade schnell nach. Hast du deine große Waffe nicht gerade weggelegt? Ja, aber der hat... Oh, die sind draußen auf dem Holzstapel. Oh, man. Shit. Ah, die große Waffe meinst du? Ja. Ich bin schmerzlos. naja kommt ja keiner mehr her wahrscheinlich ansonsten würde ich vielleicht die kürbisse lassen für leute dies dies noch brauchen wir brauchen sie ja nicht mehr kriegen ja keine punkte mehr und so vielleicht sind ein paar bedürftige die jetzt den letzten tag noch mal nutzen wollen alles klar lassen und die abgenommen da vorne steht eine vogelscheiche die lassen wir mal wo hier ist auch eine wahnsinn zwei ich häng fest wollte nicht blink rein ja völlig falsch gelaufen alter schon wieder ein kürbis die wollen uns doch verarschen hier liegen noch zwei kürbisse rum bei mir höre ich welche laufen kannst du mal den weg hier runter gucken bei mir sie nicht dann laufen die hier drin was okay okay komm mal mit der ist alleine der wilde fraktion mit einbauen die kommen mit das ist mal abbauen naja dann was machen wir jetzt ja wir warten nicht auf den schießen sagt auf jeden fall jetzt können wir ran ja das wohl solo Was denn? Das könnte aber auch ein Fake sein. Weißt du, da sind noch andere drin, weißt du wie ich meine? Mhm. Hier ist noch einer. Oh, ich bin tot. Sieben Meter. Was für Schweine, ne? Mhm. Was für Schweine. Das meine ich so, die verarschen einen. Und das finde ich arschig. Ja. So kann man natürlich auch zu seiner 3,35er KT kommen. Ja gut, das Video stelle ich online. Dieses Arschloch. Jetzt soll jeder wissen, was das für ein Bastard ist. Das finde ich arschig. Das ist doch eine Abzocke, oder? Was soll das? Hm. Mhm. So ist das so, dass wir dann? Ja. Das ist das so, was das so, was wir haben. Aber das ist das so, was wir haben. Mögen können denn das so, was wir haben. Und jetzt passiert uns das so.